So, dann würde ich sagen, starten wir doch mal lieber die Hochzeitsmission. Let's go. Mal gucken, was uns erwartet. Ihren Smoking abholen. Ja, dann machen wir das doch mal. Na ja, wir fangen doch nicht an. Gut, fahren wir zum Saal. Ist gar nicht so weit entfernt. So, dann würde ich sagen, oder? Oh, so, dann würde ich sagen, oder? Oh, ja, oh, ja, oh. Ich bin so glücklich, dass du es geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch. Peggy, du bist großartig. Danke, Wei. Du musst beide sehr glücklich sein. Ja. Der beste Tag des Lebens. So, die sagen. Du kennst das? Sie sind richtig. Ha, ha. Ha, ha. Wenn du so sagst. Uncle Paul. Welcome. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Es ist toll, dass jemand jemanden will, dass ein guter Mann sein. Das ist nicht genug, heute. Hi. Ich bin froh. 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 Ich habe, er wird in der Szene, mir gut saßen. Ja, das ist der Fall. Wensteng, du musst dich rein optimieren. Okay? Wo du parkst? Ah, da es. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Was fächt? was passiert nein ja was machst du da ich habe gelohnt die Kamera auszumachen ja besser als gar nichts ich komme zu Hilfe sie ist da sie ist da sie sind hier gerade der student kommt her kann ich auch irgendwie kann ich nicht genau das wollte ich machen der ist tot mit mitteln ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet ja kommen wir sind trofäe gewesen für alle mit zehn unterschiedlichen waffen eine gegner ja dann würde ich sagen ich dich trofäe auch weg da will noch mit die schutzwaffen die gleiche pistole ja ne guck mal das ist ein anderer geben 9 mm was ist das das ist nicht die gleiche keine ahnung ich habe mich glasius ich habe mich glasius das ja ist eine sehr schöne hochzeit wie ich schon angekündigt habe aber auch zeiten passieren immer schlimme sachen schlimme dinge und beide sind tot aber was ich mache wenn wir hier wir können uns noch mal so ein drink wenn wir schon mal hier sind so ein dragon kick ich habe den kopf drüber das ist nun nicht mehr eine pistole ich hätte auch direkt herunterspringen können da ist einer scheiße gar nicht gut ach komm weißt du was wo ist onkel wo ist der onkel wkw 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 w Woll. Ey. Du bleibst da weg. Guck mal, dass wir hier eine Pistole haben. Gleiche Pistole. Ja. Jawoll. Sehr schön, das geht weiter. Da ist noch einer. Weg mit ihr. Be careful. Oh. Ich habe den hinteren getroffen. Be careful. Gleich geschafft. Dunkel. Let's go, let's go, let's go, let's go. Go, 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 go. My uncle, he's hurt. We need a doctor. Now. What is this? What's going on here? My boy, maybe you'll want to leave before our friends, the police, show up. Are you going to take care of my uncle? And if anything happens to him, I'm holding you personally responsible. Oh, thank God. I'll be clear. Okay. 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 Hochzeit. Hochzeit. Dauert nicht so lange. Man hat sehr viel XP als Triada. Na. Na. Kommt zum Treffpunkt, machen wir sofort. Ähm. Naja, die Hochzeit, die schreibe ich mir so auf. We knew you would become personally attached way. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to him? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HK PD has ever had? Your best shot taking down the sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. You want to take care of your job? Anything happens to me. You look after me, okay? Okay? Okay. 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 warum ich mir das gesagt habe wie gesagt aufgeschrieben habe er gesagt gemerkt habe die mission die mission denn man kann mission wiederholen und ja das wusste ich nicht ich habe einen guide nachgeschaut und stand da man kann die mission wiederholen nice ja gut aber wie die haben auf jeden fall gefallen die werden wir natürlich angehen und danach widmen wir uns dann direkt die story weiter aber wie ich auch so abgeholtzner triaden punkt traden triaden keine ahnung wie ausgesprochen werden ja das egal was wir abbreiten müssen man muss ja alles freisch ja sobald ich die andere trophäe habe mit zehn verschiedenen waffen schießen dann wäre das volle konstruktion auf die story na ja oder jetzt na ja ich habe schon führer nice sie behalten ich glaube ja gut bitte und weg ja kommen bringen wir den wagen zurück wie gesagt in ja bisher die lieferwagen zum lieferort mal direkt da Müsste man bald auch irgendwann die Trophäe aufploppen, ne, oder? Oder hab ich die schon? Ich glaub nicht. Hm, man bekommt immer mehr. Äh, Geld. Ja, wie viel hab ich denn jetzt? 27.000. Ja, äh, direkt, ach so, gefallen wollte ich ja machen, ne? Ja, da sind wir stehen geblieben. Ja, man muss sich auch richtig hinsetzen, ne, sonst... Äh, naja, gut, egal. Ich würd's auch nicht rausschneiden, ne? Müsste nicht direkt... Guck mal, da ist so ein Parkhaus. Ja. ... Oh, I wish I could live your life just one day. Hm. Mal gucken was uns erwartet. Was ist denn hier los? Jawoll. Hilfe anbieten. Ich brauche jetzt mal selber Hilfe. Was ist denn jetzt los? Okay. Komm mit. Sehr schön. Buff, da macht's Pum. Boom. Oh. 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 das ist krass. so das nächste, hier sind die nächsten zwei und da ist auch noch eines eingefüllen. weg da weg da weg da weg da ja so richtig könnte ich auch so was rausschneiden aber ich möchte einfach umgeschnitten dran lassen. ja ich meine so ich kenne dich auch alles streamen. aber ich sag sebastian erstmal nur videos aufnehmen. vielleicht wie gesagt werde ich in zukunft irgendwann mal wieder streamen, weiter streamen. aber erstmal nur aufnahmen. und was ich mir auch überlegt habe das nur gute idee ist. ja das das weiß ich nicht. es kann sein es kann auch nicht sein na ja muss mal gucken. muss mal gucken wo ich hier. wenn es geht um angezockten aber sowas hochladen soll. da gibt es auch videos. so eine stunden video oder zwei stunden video je nachdem. und danach wenn das feedback sehr gut ist. irgendwann das nächste video hochladen. naja. ja. gut zu sehen. gibt es irgendetwas? ne. wie ne? was braucht ihr? ich brauche ein favor. ich war supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago. Wenn ich Dosen auf die Cops werfen, das können wir hören. Hey you, in der stupide Uniform. Hey you, in der stupide Uniform. Nein, sehr schön. Nein, ich bin jetzt verhaftet, aber das erste Mal, dass ich jetzt verhaftet worden bin. Das bedeutet, die nehmen natürlich auch meine Dings weg, meine Waffe, oder? Hm. Nein, doch nicht. Ah, der ist ja vom Kontrollpunkt. Jawohl. Alle guten Dinge sind zwei. Ja. Und das nächste Goldmedaille. Nein. Sehr schön. Und weiter geht's. Sehr gut. Gibt's hier irgendetwas? Nee, ne? Warte, ich muss was nachschauen. Ähm. Ich muss was nachschauen. Ähm. Ich glaub das war bei... Nee, das war nicht hier. Ich glaub das war hier gewesen. Ja. Ja. Rennen. Ich weiß nicht, war das bei Rennen gewesen, dass man dort, ähm, ansehen kommt? Dass man dort ansehen? Ich glaub schon, ne? Weil dort kann man ja auch die Rennen, ähm, nochmal wiederholen. Das wird's auch nicht, dann nicht so schlimm. Ja, aber wie gesagt, ist nichts verpassbar, ne? Ist nichts verpassbar. Aber, sag mal so, besser. Guck mal, es fehlen nicht mehr so viele, ähm, Medaillen, ne? Ich darf zwei hinzugucken. Ähm, das kriegen wir auch hin. Ne, die Cops. Da sind noch vier Stück, was fehlen. Dann, Sammelobjekte. Prozente. Kommt auch von einem automatisch. Das Geld kommt auch von automatisch. Das auch außengebende Geld kommt auch von automatisch. Gesamteinkünfte kommt auch von automatisch. Ne, gewonnene Rennen kommt auch von automatisch. Zerstörer, wie gesagt, muss ich noch nachschauen. Und der Entführer, krieg ich auch hin, Verkehrsrolli. Das krieg ich auch hin. Ne. Was, wie gesagt, sehr einfach. Das ist, ähm, nichts, ne? Außer, wie gesagt, Verkehr, ja, das Verkehrschaos. Also, das muss ich gucken, wie... Ich hab's immer noch nicht nachgeschaut, wie das funktioniert, ne? Aber wenn ich das auch Platin habe, ne? Das, ähm, das, ähm... Ich liebe ihn, das ist mein erstes PS3-Spiel, wo ich auf Platin habe. Ja, ich komme doch. Hey, hey, was geht's? Ich denke, ein Polk-Guy hat mich in auf meine Frau. Das Problem ist, dieser Mann ist verbunden mit einem großen Schatz. Insofern würde ich ihn einfach verraten. Er hängt auf dem Bus depot, und macht alles andere Dinge. Ja, ich... Ich... Einige Cops anheuern. Oh, die sind nicht gerade einer vorbeigefahren. Da sind doch welche. Ich hab keine Waffen mehr, ne? Ja, gut. Das ist gezählt, wie das Töten von Cops. Ich weiß gar nicht. Muss man nachschauen, ob das überfahren auch zählt, ne? Was? Hm. Oh. Uh oh. Nein. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich wollte das jetzt hier verwenden. Wenn ich schon mal hier bin. Könnte ich das hier heute machen. Ja, ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Aber wiederum eine gute Idee. Habe ich noch meinen Wagen? Mein Wagen ist natürlich nicht da. Sehr schön. Was ich machen könnte. Ja. Sehr schön. Da ist die. Das nächste weg. Einer Krieg. appropriately. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. so habe jetzt noch eine eingefallen und dann würde ich sagen machen wir mit der story weiter ich meine warum dann nicht das wollte ich nicht statistik gefallen sind die nicht mal die hälfte krass ja wenn es gut läuft könnte ich sogar level 10 erreichen ich meine da fehlt noch die hälfte und ich bin stufe acht und halb also das kommt locker also events ja muss man gucken was da noch fehlt kameras auch gucken warum kann ich jetzt nicht jetzt muss er so körpern ja sehr gut ja sehr gut ja 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 nicht das Lion kam clot Aber ich weiß ja, wo man das machen kann. Ja. Zack. Juhu. 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 Oh. Ja, wo kommt die denn her? Ja. 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 Ich bin noch hier. Ok. Rennwagen der Sieger finden bevor er wegfährt. Ja. Kriegen wir. Geh ich mal hin. Kommt drauf an wo das ist. Wo ist denn das? Ok. Kann ich nicht aber hier direkt. Auffahren. Nice. Siehst du? GG. Zeug dir Spaß. Oh. 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 Andere Seite. Das ist auch klar. Ja kommt ja, son of a bitch. Hey. Ja gut, da kommt ja. Ja ist klar. Meine Güte. Sehr schön. Nicht gekontert. Ach come on kick dich doch ey. Sehr schön. Was packt rum? Warte. Das stören den Wagen. Das war's. Okay. Okay, dafür haben wir jetzt schon mehr Funkspunkte bekommen. Ich glaube das ist wirklich unterschiedlich. Bei den Gefallen. Ja und dann würde ich sagen, ich sag vorschlagen, ja hier ist noch ein Gefallen. Dafür müsste ich jetzt mal zu. Ja ich weiß nicht. Es fehlt ein Boot. Mal gucken ob ich hier eins finde. Ich meine. So rede ich ja schon. Ich meine. Ja guck das mal an siehst du. Ja. 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 Jetzt würde ich den Dings besorgen ne. Gesundheit schreien. Schau kurz nach. Was die Karte sagt. Nach links abbiegen. Und dann wieder links oder? Ja und dann wieder links und dann geradeaus. Okay hier links und dann geradeaus. Okay, ich muss ja was dann hier machen. ich wollte steck aus weiß es nicht keine ahnung was ich machen könnte man nachschauen ob hier noch irgendwo tresoren oben in tresoren liegt oder ob irgendwo ich schreie ich schreie ja warte kurz ok das regeln wir du bleibst hier du brauchst gar nicht weg zu rennen ja ja komm mit und man überbaut sind diese auch nicht direkt tot egal das auf jeden fall einfach ich glaube hier kann man drinnen dinge spielen mojang oder immer hier rein gibt es hier irgendwo sammeln objekte oder so hier kann man mojang spielen auch noch poka mojang ja ich meine was machen könnte ich könnte mal speichern und ein spiel mal spielen na ich weiß gar nicht wie hoch der einsatz ist aber man kann es ja trotzdem machen ja auch zwischendurch speichern gut ich meine automatische speicherung ja gut es gibt auch automatische speicherung speicherung aber um geld um geld verlieren naja wie hoch seien setzt das auch meine frage wie hoch geht es bis 5000 ok ja ich bin jetzt mal um 500 mal gucken wie ich es 3 gleiche habe ich doch ich bin das richtig mal gucken ich bin hier jetzt noch um nein ich habe einen fehler gemacht oder ja schon fehler gemacht nein gut das sind jetzt nur sowieso noch 500 dollar egal gut das muss ich ein bisschen lernen aber ich lasse es einfach so lange es kein trophäe ist oder so ist mir das eigentlich egal gut es waren jetzt wie gesagt nur 500 dollar kommen wir jetzt nicht so wie wir haben gut dass ich keinen höheren einsatz gut dass ich nichts höher gemacht habe und hier ist noch ein gefallen gut dann fahren wir auch dort direkt mit dem boot wenn mein boot hier noch steht ja ich meine ich kann mich sogar noch daran erinnern dass bei einer bohrinsel ich glaube da war ein gesundheitsschrein ich bin mir aber nicht sicher naja guck mal ich kann komplett einfach außen rum fahren auch informationen aber ich habe das glaub ich habe das glaub auch schon ich weiß kann ich doch alles gut informationen gibt es nicht ne schaut euch gerne mein video an wie es weitergeht dort habe ich alles erklärt ich wollte gerade sagen bei mir kommen auch andere spiele informate also andere spiele an meinem kanal wie gesagt das ist alles umgeschnitten eigentlich müsste ich einen kanal chaos gamer strich story games nennen oder irgendwie keine ahnung uncut oder so weil hier kommt alles umgeschnittene raus rauf also seit diesem informations video das bedeutet jeden tag eine stunde gameplay video und eine stunde platin video je nachdem könnte ich mir auch vorstellen zwei von zwei videos je nachdem wie man fortschritt ist von den spielen also story spiele oder halt auch platin spieler dann zwei videos veröffentlichen pro tag und oder als im abschnitt ja mal gucken ich weiß es halt nicht gut überlegen wie ich es machen werde weil es geht auch zum beispiel um über der deutschen ersten und zweiten teil wie ich das machen werde ich keine ahnung aber das wirst du noch irgendwann sehen wenn ich das wenn ich den ersten ersten teil irgendwann spielen werde dann dann wird es automatisieren und den zweiten teil ne ich bin aber glaub ich überbelichtet sehe ich gerade das liegt jetzt daran dass ich hier auf dem wasser fahre ja ja man wir noch was gefallen oder ja noch das gefallen klar machen wir das dann wie gesagt direkt zur nächsten mission ich glaube das ist okay klar es ist okay ich denke mal auf dass man ein bisschen abwechslung hat ne also abwechslung in diesem senne dass man nicht die ganze zeit die story durchspielt ne also mal jetzt nehmen müssen spielten gefallen ne gut ich weiß nicht ob nach jeder nehmen ist nach jeder mission äh ein gefallen freigeschaltet wird das ist äh keine ahnung so schauen wir uns mal um wie gesagt ob hier irgendwo vielleicht liegt hier auch ein tresor oder so kann auch sein ne ja ich kann dir helfen ich freue mich kurz noch mal um aha guck mal was ist denn hier ein tresor natürlich muss der gelegt werden ich glaube ich weiß was mir noch fehlt wann sie platzieren ne wann sie platzieren gibt es das als als nebenaufgabe ich weiß nicht zack sehr schön so dann würde ich sagen let's go können wir auch so schneiden natürlich nicht naja dann schicken wir die mal weg und jawoll steh jemand noch komm dann ok noch einer was sind jetzt von mir ich meine auf dem containerhof hier container kommt zur kiste ach du hast denn nicht genug ach so bist du so einer bist du ja ey ich hab doch gekontert oh ja zack voll die nie fresse nicht dafür stufe 9 noch nicht mal stufe 9 schade da habe ich mich vertan damit das irgendwo doch meine ich doch daran kann ich mich doch dran erinnern damit so dann fahren wir jetzt zurück ins land und damit auch ja mit ace treffen ja mal gucken was uns dann ja dort erwartet ne aber erstmal müssen wir hier land ja andocken kann ich auch dort kommt das ist ok das ist die 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 Vielen Dank.